Servus Yt bei eurem ST-EVA. Wir sind in Call of Duty Modern Warfare 3 und auf der Schadenmap Bootleg mit der Dori und der Pink Panther. Genau und ganz viele andere Menschen. Hallo andere Menschen. Ja wie gesagt wir machen heute was ganz verrücktes und zwar werden wir so einen kleinen internen Fetts miteinander machen wer es schafft am meisten Kills zu machen mit dem Einsatzschild und ja das sind ganz viele Menschen die uns jagen werden und uns messern werden weil das dürfen sie. Also nur mit dem Einsatzschild? Ne wir dürfen machen was wir wollen hey. Achso. Hey. Genau und wer es schafft von uns drei am meisten Kills zu machen der kriegt den Kicks. Okay. Okay fangen wir an. Wir müssen noch abhauen Hilfe. Achso. Ne Spaß geht los. Verdammt nie getroffen. Nein 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 Tino. Nein. Blockiert. Oh oh. Oh oh. Ey du hast die mich töten. Achso das muss ich nicht. Das ist ein T-Jok. Das habe ich schon gesagt. Das habe ich schon gesagt. Nein. Verdammt. Was soll ich das? Ne das ist einfach so ein Viech. Achso wir müssen uns verstecken draus. Nein. Also ich habe schon einen Beschläge. Wie knapp das war. Nein Tino. Was ist denn jetzt los? Lass dich doch messern. Da hat er ein MG dabei besser. Oh man. Nein hat er mich gewässert. Aber egal. Wiener du. Ey. Oh ich feinte. Oh Dori ist übelst glaubt bei mir. Irgendwas ist da verkehrt. Oh sorry. Das habe ich dir schon mal gesagt. Das war der falsche. Ich habe da echt ein MG dabei. Ja klar. Was hast du denn getan? Du hast gesagt? Ich habe den 5-7 dabei. Ich weiß. Wie kann ich da nicht hier? Ja. Oh das war ja nicht. Haut. Ey ich verliebe es. Aua. 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 Nein. Don't mess. Pampon. Oh. Tino. Ah. Nein. Oh sorry. Scheiße. Alles gelöst. Doch. Ah. 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 Nein. Das lustige ist ich treffe nur auf Tino. Das lustige ist ich treffe gar keinen. Ja ich auch. Richtig. Kommt doch mal zu mir. Ja. Geht nie dort hin. Kommt zu mir alle. Hier. Ja wo seid ihr denn? Hallo. Nein. Mann Steve. Nein doch. Oh. Mann auf halte. Ja. Hab ich sie. Oh oh. Hier kommt zu mir. Ich bin damit auf halte Simon. Was sind wir denn jetzt hier? Die 5? Ja wo seid ihr? Wo bist du denn? Einmal die 5. Oh oh. Nein das wollen wir nicht. Aua. Aua. Steve. Nein. 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 Entschuldigung. Oh nein. Abgehoben mit dem Payflow oder was? Abgehoben. Haha. Ja was denn? Gehen ab. Abgehoben. Hallo. Ich müsste das echt irgendwie anpassen an King Panther. Oh. Ich bin der Wurst. Wie denn? Was war denn? Du hast doch gesagt. Willen ist alles okay? Ich hätte nicht gedacht das ist abgehoben. Okay. Hallo. Nein. Kacke. Aua. Janik. Ja ich hab auch auf ihn eingemessert. Dann ist er gestorben. Nein. Man muss mit. Nein. Das gibt's nicht. Ich hab jemals Schild gemessert. Ja. Hände ich jetzt auch gesagt. Ah. Nicht dem Messer. Jawohl. Scheiße nein. Ich hab mich deine A6 überwacht. Meine A6 überwacht kommt jetzt erst. Oh nein. Oh nein. Oh ne. Ich mach deine Mord mit Messern. Geil verliegen. Hallo. Nein. Aua. Scheiße. Lol. Oh nein. Oh. 1 up. Tino doch das ist nicht beenden. Ich mach deine Mord mit Tino. Nein. Ich mach deine Mord mit Messern. Nein. 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 Sorry. Sorry. Ja das stimmt. Das war kein Messer. Das hab ich jetzt gesehen. Nein. Du Ei. Du Ei. Ich brauch nur so 4 Kills. Ach ne. Ist er wirklich nur auf. Wo ist das Thief? Wo ist der Tino vor da? Oh. Oh. Wen hab ich denn dort getötet? Oh. Das wollte ich nicht. Du Mutti. Das wollte ich nicht. Ähm. Jawohl. Nein. Schlau. Warfighter. Nein. Ah. Jetzt brauchen wir noch Enkel. Enkel noch. Scheiße. Okay. Ja Baby. Die erste Runde geht an dich. Wir machen in der zweiten Runde nur mit Handpistole. Okay. Das war nur der Tino. Alter. Wer ist das Hörbein? Äh. Ich. Genau. Hä? Der hat nur gestartet? Scheißholtzt. Er hat nur eine gestartet? Warte. Donder mal mit M.G. Okay. Nein. Nein. Schnell beenden. Schnell beenden. So, ich stell mich mal ne ordentliche Waffe ein. Oh, ich hab doch nicht Lust. War's so schnell schon vorbei. Jetzt müssen wir den Tino erstmal ein bisschen drotteln, wisst ihr? Dann kann der nächste abgehen. Warte mal. Also, ich hab jetzt ne 5-7 mit Magazinerweiterung. Magazin. Ihhh. Magazin. Magazinerweiterung. Das wirst du mal Videos sagen, da machen alle Magazinerweiterung. Und dann heißt das was? Mit Handpistole, okay? Mit Handpistole. Weißt du, da hockt er sich mit irgendwelchen Scheißpürks in die Ecke, wie so ein kleiner Camper, weißt du? Und dann freut sich ein Keks, dass der Dauerfeuer kriegt, ey. Gibt's doch nicht. Jetzt lacht er da drüber, wie geil ist denn das? Ja. Steve, warum ist mal ein Wurfmesser in die Klasse? Boah ey. Guck mal her. Leute, das hätte man ja erzählen müssen, das waren voll viele Kills. Lade dir das aus unterschiedlichsten Sichten hoch, oder? Was? Mal gucken. Lade jetzt war's. Du hast ja das nur eingestellt? Ja, das wäre toll. Weil es dauert aber ein bisschen länger bei dir, weißt du? Ja, ich weiß. Moment, ähm, dann nehm ich noch... Dann das dazu. Ich muss jetzt immer bei Abschiedszeilen einstellen, das ist doch scheiße. Weißt du, weil achtet auf alles, aber das... Ich hab Träune und Vorräte drin, ne ist klar. Läuft. So, warte mal. So, Osprey, Reaper, äh... Nein! Nein! Ich glaube, es wird heute in den Häusern gekämmt. Wenn das auch noch die Dori mitnimmt, dann sind wir alle am Arsch. Es regt einen Platz. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gut unterwegs. Also ich glaube, 60 Kills sind irgendwie zu wenig. Mit solchen Abschiedszeilen. Warum auch immer. Ich. Das sind Mutterbereit, das ist prima. Die war Polonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Ja, dauernd an den lieben Gott und haben doch immer Durst. Ey, du bist der Bruder, wie du das singen kannst, ey. Krass, Mann. So, ich starte jetzt okay? Ja. Oh, yeah. Mann, Mann, Mann. Du musst immer so lange warten. So, es geht doch direkt los? Es geht direkt los? Ja. Kommt da an Punkt. Okay. Wir gehen Team... Jaja, genau geht man in das Team. Weil frei für alle ist das extremst effektiv. Ach, Entschuldigung. So, jetzt kommt her hier. Jetzt mach ich euch nass. Jetzt werde ich gleich euch in euer Höschen machen. Hier. Oh, komm. Hallo. Hallo. Krass. Autsch. Wer hat mich da gemessert? Hallo, Steve. Hallo. Nein. Fuck. So, ich werde das Spiel ohne Tote werden. Hey. Hallo, Steve. Hallo. Don't mess with the server admin. Äh, mit der Host. Ja, Host's Vorteil, Steve. Immer nur Host's Vorteil, ne? Vor allem in NV3, ja. Vielleicht ist das Teil. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, war flasch mit der... ...wälter dich, Steve. Nein, das ist blöd, 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 blöd! Nein. Das war meine Abfeserge. Mann, ich war direkt hier testin. Oh, ey. Das gibt's ja gar nicht. Warum ein Messer? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Das Ding messert nicht. Wie dumm ist das. Wie dumm ist das. Wie dumm ist das Ding? Tag. Hey. Schieß mal hin. Willst du mich die ganze Zeit treffen und kriegst irgendwie grad nicht? Au. Hallo. Mann. Immer nur. Nein. Nein. Dennis hat mich gewässert. Dino. Ja, wo ist er, wo ist er? Hey, du bist... Jetzt, also jetzt gibt's Tote. Nein. Das war's jetzt. Dino. Jetzt grab ich den Klappstuhl aus. Den Klappstuhl, ey. Den grab ich jetzt aus. Oh, ohne Witz. Ausstiegs. Was ist das, weil er nicht mehr vorhanden hat? Nee. Das ist jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Was habt ihr da drinnen? Ihr Messert ja aus 1000 Meter Entfernung. Ja, external, ne? Ich dachte, das dürfte ich... Hast du den da reingemacht, Steve? Was hab ich reingemacht? Du bist ja ein Hirn. Ich hab nicht reingemacht. Mit Schild drum sind Arsch langsam, Alter. Und die wässern aus 1000 Meter Entfernung. Wie doof ist das denn? Ja, wir können's so mal. Genau. Als ob ihr das könnt, willst du? Das ist die Boss. Ja, ich bin über Chuck Norris. Ich kann das. Was? Das ist total Bullshit. Gibt natürlich auch andere Superhelden. Nee, nur Chuck Norris. Was? Chuck Norris ist ein Superheld? Das ist kein Superheld. Das ist kein Superheld. Das ist kein Superheld. Das ist so was für ein Superheld. Ja, das ist Ranger. Das ist ne lebende Legende. Komm her. Für mich ist das ein Superheld. Was? Nein. Ich hab schon mal daneben geneigt. Ich kann doch nicht warten. Ach nein, nein. Warum nein? Also hab ich geflogen, wenn er mal ne... Das gibt's doch gar nicht. Du kannst... Du schaffst es überhaupt gar nicht zu messern. Weil die viel, viel weiter weg sind. Dann schieß doch. Witzig. Irgendwann musst du auch mal nachladen, du. Witzballt. Ich dachte, Panter sind so schnell. Überflüssig nachladen. Ach, Steve, Mensch. Ach, warten. Ist das so 2003? Äh... Au! Wo seid'n hier? Crash Move, ey. Du Move. Warum machst du sowas? Da ist Tino. Hinterher. So, jetzt auf Tino. Ohne, ohne Witz. Ohne Witz. Nein! Komm um! Du hast doch keine Chance gegen dich! Hey! Was du da einstellst, ey! Oh. Hat er keine Chance, du keine? Ja, witzball. Oh, die zweite zweite. Tino! Nein! Ach, Mann! Oh! Das ist so 2003 schon ohne Witz. Tino, du kriegst mich nicht. Diesmal nicht. 2013. Ja, nein! 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 Ich krieg das immerhin mit dem Kugeln! Nein, Tino! Ich wusste es! So, warte. Jetzt geht es auf Abzuseihe. Ohne Witz, jetzt geht es auf Abzuseihe. Ach, Gott, ey! Jawoll! Hallo! Oh, keine Flashbang! Oh, keine Flashbang! Ist das das Gnüß? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh, Krabai! Das gibt's auch nicht. Ich wieg's doch auch auf E drück und Steve einfach nicht. Steve einfach nicht. Steve hat was war's. Ja, ist das doch. Alter. Hi! Nein! Warum seid ihr nur gemein? Das ist der Nebesitz? Nene, ne! Ihr dürft euch nicht selber Messern. Ne, nene, ne! Er war die egelen Leute hier Messer, ne? Ja, ja. Nein! Boah! Gibt's das?! Tino, da hilft nur Schrein. Nei! Erwischt! Nein! Kack! Das ist so blöd! Das ist so blöd! Die Einstellung ist doch richtig doof! Die ist sowas genial! Die ist kacke! Wo ist die kacke? Ich finde die gut! Kaum muss der Tino das LMG wegstecken, kann er nichts mehr! Abkommen! Jawoll! Abkommen! Das war die Rache! Na komm! Da im Haus! Nein! 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 Jawoll! Die kommen alle! Die kommen alle! Ist die? Was war das?! Das war das Auto! Was ist das Auto existiert? Toll! Die war am anderen Ende der Welt! Die hat dann nicht mehr drauf geschossen! Das war's ja. Jawoll! Das ist so eine Scheiße ohne Witze! Das sind gar nicht die Monster eingestellt. Ich dachte, die Panther sind schnell. Nein! Nein! Ich hab zu, auf den... Dinotraubt haben! Nein, das ist ein Skriptchen. Entschuldigung. Dinotraubt? Ja! Das ist ja unglaublich. Nein, warte, ich hab den falschen gemessert, sorry. Aha, gestorben. Oh, okay, wir sollen mal Hilfe... Hat die aber Munition? Nein! Nein, Steve! Das ist ein echt geiler Mod. Ein letztiges Einsatz für ihn. Was soll das? Nur weil wir auf die Fresse will kommen. Ja, Spaß! Ich hab doch gemessert, verdammt! Oh, sorry! Steve! Oh, nein! So, Ladies, guckt mal wieder an den Himmel! Jetzt geht's noch hoch! Oh, nee! Oh, nee! Was war das denn? Weg, weg, ins Haus, ins Haus! Nein! Jawoll! So, die zweite Runde geht an mich? Aber es waren natürlich unfaire Einstellungen, ne, Tino? Ohne Witz, das ist so... Du kannst ja nicht mal schnell laufen! Und du mit deinen Triggerfinger weißt, das ist schon klar! Ja, dann bist du... So, eins, eins, oder? Du und Emcoi, ihr müsstet euch mal hier in Pistole battlen, ey! Jetzt kommt Small only! Die dritte Runde ist jetzt Small! Kannst du entscheiden, okay? Nein! Jetzt müsstest du Dory eigentlich mal! Okay! Genau Dory entscheiden! Dory, entscheid mal! Ich entscheid gar nichts! Ja, Dory, mach! Ja, do it! Komm, Javelin! Hey, weißt du, es wurde ja zu fies, weißt du? Ja, stimmt, okay! Mach FMG nur in Akimbo! Stimmt voll fair! Also, was nehmen wir? Oder G18! Ja, lass uns doch noch mal eine Runde machen, wo jeder entscheiden kann! Jetzt weißt du ja, du kannst ja auch jede Waffe nehmen! Ja, ich... Okay, jede Waffe, müsstest du jetzt echt wissen! Jeder kann Waffe, kannst du nehmen, was du willst! Okay, jetzt gibt's heute Hü! Ich muss nicht das scheiß Schild mitnehmen! Na doch, das Schild müsst ihr dabei haben! Aber weißt du, was auch lustig wäre? Wenn ihr genauso rumlaufen würdet wie wir! Nee, das wär ja uncool! Nimm er das ACOG! Und dann ist es dann... Nee, nee! Und hier, Mitchell! Das macht ja gar keinen! Nimm er das ACOG! Warum denn? Nee, also, das geht gar nicht! Oder Sniper! Und ich weiß, was Steve jetzt schon macht, ey! Ja, ist los! Er das ACOG, komm schon! Ja! Das wär schon voll fair! Das wär typisch Steve jetzt! Das ist wie bei Let's Fang! Einfach die Namen ausgeblendet und alle haben Schilder in der Hand! Extrem böse! Jetzt wird's richtig... Steve rennt jetzt so rum! Jetzt wird's richtig... Jetzt wird's richtig... Nass wird's jetzt so! Bestimmt nicht bereit! Nein, nein, es wird voll! Nein, ich... Ich hab noch nicht voll abgebildet! 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 Ja, ja... Ich hab noch nicht voll abgebildet! Boah! Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Was? Nix, nichts und nochmal nix? Ja, genau nix! Welche Klasse denn will ich nun hin? Nix eingestellt ist! Tino will jetzt ein Match haben, da verstehen wir die M6 Warum ist der Typ wenn eine normale Waffe oder was? Ja, aber wir sind auch hier eine Vorgehenklasse! Boah! Dazu Tino kommt man nicht, dafür... Ich hab's in der Ecke... Steve, du hast keine Klasse rausgelegt! Ey! Geh weg! Was, was messerst du mich von hinten? Doch, da! Der PMC! Na, Tino! Komm, komm! Ja, warum spawn ich hinten? Na, komm! Wo ist Tino? Tino, wo bist du? Ach, Mist! Gehen wir Tino feeden! Er ist schon tot! Nein! Er ist schon gefeedet! Nein, nein! Feed! Jetzt ist die Fattore hergestellt! Voll Luftschneid! Aufpassen! Voller! Nein! Tino! Ops, das war der Fattore! Tino! Tino! Hab ich dich gekillt? Aua! Aua! Scheiss! Aua! Ich war so gut 90 kills, hast du den Wort! Nein! Hört auf den Zerfrieden! Hinter dir! Achso! Aua! Ah, haben sie mich wieder! Jawoll! Die vermisst du jetzt? Ja, klar! Den Scheissnick sag ich, wo ich bin! Dieb ist hier bei mir! Nein! Dori! 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 Das ist ja so ein Chaos! Hä, wer schießt denn auf mich? Na ne, ist klar! Ah! Da ballert jemand, der gar nicht schießen darf! Ja, weil keine Frau geht in die Klasse raus! Oh, sorry! Ja, trotz aller dem Dach soll man nicht schießen! Was soll denn das jetzt hier? Was ist das jetzt nicht? Ich seh's übermessern! Hehehe! Tino! Was hat denn Dori? Was denn? Ich seh's nicht, dass du das bist! Nein! 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 Ach man! Tino! Die Granate hat's genau hingetroffen! Guck dir das an! 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 Wie geil! Die Granate hat's voll hingetroffen! Alter, wie geil! Oh, die Klette oder wie? Scheißdreck! Die fahrt Allenboard! Ey, warte! Soll ich jetzt eine Haube? Da schießt einer von denen hier! Das ist doch nicht fair! Oh! Haha, Steve! Das ist nicht fair! Der Blackwolf! Was wird denn das, wenn's... Aua! Ihr dürft nicht schießen! Wir schießen! Wir schießen ja! Das ist Doris schießen! Nee! Da war eben jemand anderes! Hallo! Der hat geschossen! Nein! Ach, Steve! Der Stiefvater! Das Flachwitz! Der hat ja ein Schild gehabt! Nein! 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 Ich hab ihn nicht nur! Mann! Wie hast du dich einfach umgedreht! So, Tino! Da ist das! Hallo! Haha! Töldin! Er ist geflasht! Er ist geflasht! Komm schon, Black Mour! Nein! Oh, scheiße! Also leise halten, du dich! Nie scheiße! Mach du einen Fisch auf sie! Ah, ich in die Ecke! Ah, Steve! Ah! Stiefe! Entschuldigung. Wann, äh, Bigfoot. Ja, ist verleidig. Das ist total verwirrend, ey. Ohne Scheißes. Komm, auf sowas ist nicht klar. Leise, ey. So viel Action auf einmal hier. Aua, voll. Haben sie noch zwei, ich denke. Ey! Tino, dreht sich oben. Oh, das war der Dennis. Dreh dich mal oben, Tino. Nein! Nein! Du Samtags-Bot! Äh, Bob. Nein! Tino! Oh Mann! Nein, ich denke. Lass es nicht leben. Oho, oho. Wer hat da gerade hinter dir gehört? Wer hat denn da Hilfe? Nein! Oh nein! Alle auf die Hände schieben. Oh nein! Oh, wie denn? Das ist schieben! Scheiße, der holt auf! Die Tino! Der hat die Tino! Das ist unfair! Los, komm zu mir! Lass mich fehlen! Nein! Steve! Mann! Nein, du darfst nie gewinnen! Nein! Das ist mein Spiel! Das ist mein Spiel! Oh mein Gott! Ich war direkt vor dir und hab dir eigentlich ins Gesicht gemessert! Oh! Geh weg! Steve, dreh dich mal um bitte! Nein! Ach, Doreen! Steve! Ich denke mal, das ist... Nein! Nein! Oh mein! Voll! Sie weinen! Ey! Alles deine Schuld! Hör einfach alle zu den Vorräten! Nein! Ja, meine Vorräte! Ihr seid alle so gemein! Nein! Ich versuch's, ich versuch's ja gerade davon abzuhalten! Oh nein! Ich versuch's! Ja! Ja, du! War das dein hier? Ja! Hier, guck, wie skillig! Weißt du, wie er mich am Fernste gemessert hat hier! Ja, Mann! Von hier komm ich ran! Weil er ganz einfach mal so startet, wo wir das einstellen durften! Ja! Na! Du! So, Ladies! Das war's jetzt von dem Ding hier! Könnt ihr mal einen Namen geben, wie wir's nennen? Äh, Beispiel, äh, Spiel X-Y-Klasse! Ja, genau! Und wir sind jetzt im Endscreen! In den Links seht ihr ein zufälliges Video! Klickt drauf und ihr kommt direkt zu dem Video rechts! Zu dem letzten! Und wir sagen auf! Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!